Wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen, dann gibt es Studien dazu, dass Narzissmus tatsächlich negativ korreliert mit der sogenannten charismatischen Führung. Das ist das, was wir bei uns im Charisma Mentoring auch anstreben, was wir dort lehren, weil charismatische Führung ist, um es jetzt mal mit unserem Modell zu sagen, eine Ausprägung in allen diesen sechs Farben zu haben. Also sowohl selbstsicher, stark, durchsetzungsstark auch sein zu können und aber auch gleichzeitig warm und empathisch mit anderen Menschen zu sein. Das ist eine ganz besondere Kombination, die exzellente Führungskräfte ausmacht. Da gibt es viele Studien dazu.